Es fängt noch die Nase an zu lassen. Kommt und fragt man, was ich lassen will. Jedenfalls sind wir schon wieder pünktlich. Bin ich so froh, dass ich die neue, also die aller AI-Listungen gemacht habe, mit einer Farblader oder was das war, mit 20. Landstraße oder Kehrmaschine, also da hat es mal als wirklich, hat es mal als wirklich geplant. Ein Kumpfator? Also länger warte ich jetzt auch nicht mehr. Mein Lieber, mein alter Manchleit. Die gehören nochmal in die Fahrschule. Ah, jetzt muss ich nochmal was trinken. Das ist doch auch so zugegen. Ja. 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 So, jetzt ist er wieder ein Plankwitz, das brauchen wir halt schon nochmal. Warum ist da rot? Das ist doch gar kein Bus, woraus fahren will. Doch, ich gleich, gell? Aber es ist noch 5 Minuten Zeit. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. So, wiedersehen. Fünf, siebe und dreißig, bitte. Egal. Egal, egal. Egal, egal. Egal, egal. Egal, egal. Egal, egal. ... noch mal da her und dann noch mal lief an der Fernsehertruppe Ach Gott, ich besser wegknütteln, weil ich schon nie bin Ich mach mal kurz das Mikrofon aus, halt in 2 Minuten Ich schlaf mal kurz Das wollte ich jetzt nicht Ich wollte nur schlafen Hallo, seit dem wo Papi schließt oder die nicht schläft Aber auch ich kann nicht schlafen, dass man половine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, die deutsche Version, die Grammarconi, gibt es ja auf Englisch hier, ne, ja, und mal auf Deutsch. Oh, ist das eingekabelt, so mit dem Kabel da, das ist so ein 1,8 Meter langes Kabel, da weiß man nicht, wohin damit? Ja, hopp, nehmen wir den 4. Gang, sonst kommen wir halt mit mir an. Wer war denn das überhaupt, der Konigrama? Ah, ich hab mal den Bus gesehen, sieht man halt da, war der erste Fall, Konigrama, was ist denn überhaupt, der Gra, 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 ähm, im Landwirtschaftssimulator 2013, dort ein Traktor gibt, das war, glaube ich, der Gra, meine, äh, glaube ich, weiß es nicht, aber ich glaube es. Was habe ich jetzt gesagt? Irgendwo was glaube ich. Oh, ich kann es vergessen. Ihr wissen es vielleicht, kann man es ja auch noch mal hören. Oh, jetzt immer so Schlaftabletten fallen drauf, das weiß ich. Fünf, drei, ne, fährt sich vorne. Ist auch nicht besser. Oh, und der Bus muss besser bremsen, Dad. Was ist denn jetzt los, das war, ne? Top. Einen guten Tag. Neue Garten und Eingang. Der Eingang vom Ort. Soll ich mal einfach, ne? Das Duschmannet, aber die Werdau müssen. Ich muss auf der Regtour nochmal auf der Regtour noch drehen, aber noch nicht. Ist das ein Scheiß. Oh, ohne rechts ist das Gaspedal, aber nicht ohne in der Mitte. Das machen ich. Ich bin 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 ich. Warum habe ich jetzt die Kupplung gedreht? So, um 6 in den 5. Gang zu schalten. Das macht der Bus allein. Hauptsache, wenn man drauf dreht. Ja, beim Citaro, also beim Älteren, wer jetzt die nächste Ansache kommt, ja, dreht man mal drauf, ne? Also manchmal schaffst du das auch. Schub nicht dem O4-Naziv. Aber das ist, wenn du beides fährst, ne? Wenn du mal 4-Naziv. Das wäre ja in letzter Zeit fahr ich ja fast nur der Citaro C2 da. Ich müsste mich eigentlich drauf gewöhnt haben, aber... Manchmal will ich einfach... Ich habe ja eben noch die Handanschaltung gehabt, ne? Ja. Und Hank denkt, warum ist kein Gang drin? Naja. Vorwärtsgang ist drin. Jo. So. Oh, da bin Gott sei Dank einig ab. Oh mein Gott. Ähm. So. Vier Haltestelle. Ja, ist halb vier, das ist mehr los auf die Straße. Fahr ja oben, verkehr. So. So, so, so. So, so, so. Ich streite da an der Tankstelle aus. Schafft der da, oder? Tanke muss er wahrscheinlich schnell, hat er kein Auto dabei. Ach, was in der Pfanne gibt... Warum ist denn da so ein Stau? Aua. Was geht mal? Äh. Muss ich tanken. Gleich macht es. Ne, macht es nicht. Ich wollte sagen, gleich verschwindet das Auto, aber es ist noch da. Ja, Hauptbahn raus. Ich heil ja eh an. Von der hin. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ähm. Mh. 6, 15, 12, 27 Minuten. Halb Stunden. Auf einmal war Phil Gröning, oder Phil Gröning, oder wie ist es gewesen, ist es nicht. Ja, Hup. Zum Schlaf stehen. Zum Schlaf stehen. Links, die ist mein Netz immer zu groß dafür. Mit 2 Meter. 45. Ich bin ja 2 Meter. Wie hoch bin ich? 3 Meter 15, glaub ich. Ich hab schon so oft gebuckt. Vergesse immer wieder, ich glaub 3 Meter 15. Was ist das? Ja, die Klimaanlage. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kult. Zauertor, Nikos Laune, Marktstrasse, Metro, Jo. So. Dann noch Ermonufen, dann haben wir es. Dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Auch war der Kollege Tanker gewesen. Ist ja noch relativ voll. Ja, da brauchen wir immer Quatsch. Gedenksekunde oder immer so. 3,90 Meter, so hoch sind wir auf keinen Fall. Alles zu passen wir auf jeden Fall durch. Ja, hopp. Vor dem Auto komme ich noch durch. Oder auch nicht. Doch. Ich will an den Bahnhof, beziehungsweise an die Metro. Ach, wie schön. Es mag Stress. Ja. Es mag Stress. Ja. Es ist jetzt gerade eine Station mit Fahrt die Alfa. Leer sind wir wieder. Sieht mir so aus. So. 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 Hopp. Nee, nur fahren wir. Jetzt nicht mehr, oder? Weil das ist eigentlich im Prinzip genau so wie vorhin. Weil das ist eigentlich im Prinzip genau so wie vorhin, ne? Nee. So. 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 So ein Schlaf ich wacke ich noch im Südmalet, aber. Nee. Fernsehturm können wir ja mal in einer Stunde fahren. Wenn der Baustuhl ist, da der Shuttle von Südwedel, das war noch genug. Und jetzt kamen wir hier mal in den Fernsehturm. Weil im Moment muss das nicht sein. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Du hast da nicht draufstehen, was hieß. Ja, ne? Und ich hoffe es hat euch gefallen, ne? Schön auch da. Schönen Augen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.